Da seh ich die beiden. Bitte kommt doch mal rüber. Ja, ich bin jetzt gerade recht. Meine Damen und Herren, da kommt doch rein. Großartig. Und damit herzlich willkommen zu den besten Songs aus Mensch 7. Man sieht... Egal. War immerhin halbrichtig, ne? Vor allem der entscheidende Teil. Und hier ist schon Platz 5. MC Kleber in the House. Richtig. Guten Abend. ARD, ZDF und USA, BRD, DDR, Europa. Dichenland Standard Course mit Berettungsschirm. IBF, EZB mit ohne Hirn. War-Wu-Fuck, War-Wu-Fuck. Eins muss man ja mal sagen. Der Kleber hat selbst ungewollt mehr Rhythmus im Blut als es lieber. Das ist genau mein Groove. Kommen wir zu Platz 4. Du, Herbert, bitte nochmal ab Männer leben im Darm. Nehm in den Arm. Gerne auch ab da. Männer nehmen in den Arm. Männer geben Geborgenheit. Stopp, stopp, stopp. Männer brauchen. Herbert, wo sind eigentlich die Frauen in deinem Lied? Wie Frauen? Das Stück heißt Männer. Sehr lustig. Aber sing doch, Männer und Frauen geben gleichermaßen Geborgenheit. Aber komm, lass uns zu einer anderen Stelle gehen. Männer kaufen Frauen. Stopp mal, stopp mal. Männer kaufen Frauen, das kannst du so auch nicht singen. Ja, wieso nicht? Du verallgemeinerst doch total, nicht alle Männer sind Hurenböcke. Genau. Ja, aber das ist doch eine bewusste Übertreibung. Ich fühle mich da angegriffen. Ich auch. Ja, soll ich jetzt singen, nicht alle Männer kaufen Frauen oder was? Natürlich nicht. Sing doch, Männer mögen Frauen. Wobei, nicht alle Männer. Ach so, dann sing, manche Männer mögen Frauen. Oh, Leute, jetzt hier. Ohne mich. Als Darsteller wären die Songs doch alle gefloppt. Schade war halt, dass wir Christoph immer irgendwie ins Video einbauen mussten. Servus! Servus! Uatel, 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 Uatel. Dein Bayerisch ist wirklich täuschend echt. Was kannst du nicht? Du kannst ja wirklich alles, mein Lieber. Mein Name, mit unserem musikalischen Beitrag möchten wir einen Schlusspunkt unter die aktuelle Heimatdebatte setzen. Uatel. Hat ja eigentlich schon mal jemand gesagt, dass du von der Seite aussiehst wie Andreas Gabalier. Ja. Heimat, Heimat, Dichte, Wälder, Saft, Gewiesen, Dralle, Madel, Wunderbar. Heimat, Heimat, Hier riecht's nach Tannenmoos und Dung und frischem Stroh. Heimat. Selbst an den einfachsten Aufgaben ist er ja gescheitert. Ich mein, einen Hut auf den Kopf balancieren. Damit nehmen sie sich beim Cirque du Soleil nicht. Ich hab mich so reingesteigert. Sie haben's gemerkt, wie sind die Flippers. Hat der eigentlich schon mal immer gesagt, dass du von der Seite aussiehst wie Andrea Berg? Und hier ist für euch Platz Nr. 3. Das war super. Das haben wir in einem durch ohne Schnitt gedreht. Sieben Anläufe haben wir gebraucht. Aber ich find's hat sich gelohnt. Sieben Anläufe haben wir gebraucht. In einem durch zu drehen, das war ne richtige Scheißidee. Und da muss ich ihm ja mal zugestehen, das war Christophs Idee. Ich bin ja nur froh, dass es nicht meine Idee war. Und hier ist für euch schon Platz Nr. 2. Das ist doch Plödsinn, verdankt noch mal. Die zeigen uns n Vogel. N Vogel. Aber was um alles in der Welt Hattert mit der Merkel Den blöden Doobrind Und den anderen zu tun. Ah! Wollte einmal ein Zwerg sein? Mit der Kraft und der Energie der deutschen Sozialdemokratie. Wollte einmal ein Zwerg sein? Zu klein. Zu klein, um Zwerg zu sein. Wollte einmal ein Zwerg sein? Mit der Kraft und der Energie der deutschen Sozialdemokratie. Wollte einmal ein Zwerg sein? Zu klein. Lass mich diesen Aufblick miteinander wagen. Die zeigen uns n Vogel. Vielen Dank. Hatten wir schon tolle Songs dabei, oder? Naja. Hab ich jetzt schon gern gewusst, was auf Platz 1 ist. Aber hier kommt für euch die Nr. 1. Fuck you Corona Eins weiß ich genau Du gehst mir auf die Klötze Du dumme Virensau Wir nehmen dich zwar ernst Aber bild dir nix drauf ein Wir haben den Wendler überlebt Dann kriegst auch du uns nicht klein Hymnen voller Hoffnung Sollen ja richtig was bringen Doch dass man maximal genervt ist Muss man doch auch mal singen Aber wenn das alles hier vorbei ist Ist die Welt sicher doppelt so schön Denn die Menschheit ist gelönt Ach komm auf Warte mal warte mal warte mal Guck mal da hinten Das ist doch der Welke, oder? Guck mal wie breitbeinig der läuft Ja, so läuft wenn man mal 20% zwischen den Beinen hängen hat Quotenhoden Den will ich jetzt eigentlich überhaupt nicht treffen Den Triumph gönne ich ihm nicht Na, ja fein Hast du das Video geguckt? Hast du das Video geguckt? Dann guck doch weiter Ja, weil hier oben kann man den Kanal abonnieren Da hat man immer frisches Zeug Ständig kriegt man das Und da unten Da kann man andere Videos gucken Wenn einem das nicht gefallen hätte Vielleicht ist da unten was dabei Also hier abonnieren, unten gucken Da unten Da unten Da unten Da unten Da unten